Wie kommen wir in eine maximal erfolgreiche Umsetzung für Value Selling? Nichts ist entscheidender als die Umsetzung dessen, was du als gute Ideen hier mitgenommen hast. Und dazu fünf Tipps von mir vorgestellt. Das erste ist Top 5. Top 5 steht für die Idee, konzentriere dich auf fünf Top Leads, mit denen du jetzt Value Selling umsetzen möchtest. Ganz entscheidend ist die Frage, wie schaffst du es, Value Selling in die Gespräche hineinzubekommen, in die strategische Vorgehensweise deiner Vertriebstätigkeit. Deshalb mach nicht gleich mit allen Kunden Value Selling, konzentriere dich auf fünf sehr erfolgsversprechenden Kandidaten, mit denen du Value Selling betreiben kannst. Schau dir genau an, wer könnte eine Affinität für Values haben. Und in dem Zusammenhang kannst du dir fünf definieren und mit denen dann ganz gezielt Value Selling betreiben. Zweiter Punkt als Tipp für die Umsetzung ist mein Lieblingsthema T45M. T45M. T45M steht für täglich 45 Minuten in Value Selling hinein investieren. Das solltest du schaffen. 45 Minuten jeden Tag in Value Selling hinein investieren. Nimm dir die Zeit. Spar die Zeit durch ein gutes Zeitmanagement, wie wir gleich sehen werden. Aber setz die Prioritäten. Ich arbeite täglich 45 Minuten an Value Selling. In dieser Zeit telefoniere ich mit meinen Top 5 Kunden. In dieser Zeit mache ich mir meine Gedanken um Values für diese Kunden. Ich beschäftige mich regelmäßig mit Value Selling. Und das ist das Erfolgsgeheimnis von erfolgreichen Verkäufern. Sie machen nicht Value Selling mal eine Woche ganz intensiv. Oder Sie machen es einen Monat mal ganz intensiv. Nein, Sie machen es jeden Tag. Erfolg ist eine Anreihung von vielen kleinen Schritten. Der dritte Tipp ist das Siebenmal-Kontaktsystem. Eine Methodik, die ich entwickelt habe, mit der ich regelmäßig mit dem Kunden zusammenkommen möchte. Und zwar auf der Zeitachse siebenmal. Aber nach dem siebten Kontakt, da möchte ich auch gerne dann das Closing haben. Da möchte ich dann vom Kunden auch eine klare Idee haben, geht es weiter in der Zusammenarbeit. Im ersten Kontakt ist der Abschluss noch sehr unwahrscheinlich. Aber er sollte dann immer mehr zunehmen. Weil durch die Vielzahl der Kontakte Vertrauen entsteht. Durch mehrere Interaktionen mit dem Kunden versteht er besser, was ich meine mit Value Selling. Das wird dir immer besser gelingen in der Vielzahl der Gespräche, die du in Zukunft führst. Gerade im B2B-Bereich, wo im ersten zwei, drei Gesprächen der Abschluss nicht sehr wahrscheinlich ist, weil wir hochinvestible Produkte verkaufen oder Leistungen, die so schnell nicht in ein Unternehmen zu implementieren sind, brauche ich den Long Run. Ich brauche einen langen Atem, um mehr mit dem Kunden stattfinden lassen zu können. Und genau diese Long Run bedeutet, dass ich in mehreren Interaktionen mit dem Kunden über eine mögliche Zusammenarbeit mit ihm spreche. Gemäß unserem Value Selling Dialog, den du ja schon bereits kennst. Und hier kommt mein Highlight Nummer 4. Zeitmanagement. Das ist eine Vokabel, die wohl jeder rauf und runter kennt. Im Vertrieb, sagen mir viele immer wieder, gibt es kein Zeitmanagement. Ich muss mich nach meinen Kunden richten. Ich habe so viele Unterbrechungen im Tagesgeschäft. Ich kann gar kein Zeitmanagement betreiben. Vorsicht mit solchen Glaubenssätzen. Es geht im Zeitmanagement bei mir lediglich um eine einzige Idee. Wie schaffe ich es, mich von Zeitdieben zu lösen? Wie schaffe ich es, mehr aktiv zu werden, wenn ich merke, da kommt ein Zeitdieb auf mich zu. Da will jemand etwas von mir. Ein äußerer Zeitdieb kommt von außen auf mich zu. Klaut mir meine Zeit. Stiehlt mir meine Zeit. Das ist nicht gut. Das lasse ich nicht zu. Ein Kunde, der viel zu viel mit mir redet. Ein Kontakt, der mir nichts bringt. Ein Telefonat, das jetzt gerade stattfindet, aber vielleicht 20 Minuten dauert, während es hätte vielleicht in 5 Minuten schon längst erledigt sein können. Das sind Dinge, da muss ich aktiv werden. Da muss ich proaktiv reagieren. Und genauso kann es auch mit einem inneren Zeitdieb sein. Der liegt in mir selbst begründet. Da kommt keiner von außen auf mich zu, sondern das ist durch mich selbst verschuldet. Nämlich, ich bin viel zu genau bei bestimmten Punkten. Da hätte es vielleicht auch mit 80% Genauigkeit getan. Aber ich will 110% genau sein. Oder ich habe Lieblingstätigkeiten, denen ich besonders gerne nachgehe und vertrödel damit so ein bisschen meine Zeit. Also, sehr genau hinschauen. Bei Zeitmanagement steckt tatsächlich Potenzial, um etwas zu erreichen, was wir hier oben stehen haben, täglich 45 Minuten für mein Value Selling zu gewinnen. Und wie setze ich Zeitmanagement erfolgreich um? Warum? Ich schaffe mir eine kleine Erinnerung mit einem Post-it, mit einem Kalendereintrag, nur mit dem Stichwort Zeitliebe? Fragezeichen. Und das erinnert mich immer wieder daran. Und damit schaust du regelmäßig auf diesen Post-it oder regelmäßig auf diesen Kalendereintrag und fängst an, deine Muster zu verändern. Und ganz zum Schluss, die Nummer 5. Ein Gedanken dürfen wir nie vergessen. Den Akbe-Effekt. Wofür steht Akbe-Effekt? Appetit kommt beim Essen. Vertu dich nicht. Das ist genau die Chance, die wir alle im Vertrieb haben. Wenn wir etwas erfolgreich tun, dann sehen wir einen Sinn darin. Wenn mir etwas gelingt, dann macht es Spaß. Und dann entsteht Motivation. Fang damit an. Fang mit Value Selling an. Führ deine Gespräche genau in diesem Kontext, wie wir ihn besprochen haben. Beispiel Value Selling Dialog. Und es kommt zu Motivation. Weil du spürst, ich komme gut an mit dem, was ich da tue. Ich tue mich leichter in den Gesprächen mit meinem Kunden. Es entsteht etwas zwischen dem Kunden und mir, was bislang in der Form noch nicht da war. Und das nenne ich Appetit kommt beim Essen. Und du wirst nie mehr aufhören, über Value Selling nachzudenken, Value Selling umzusetzen. Und damit der Appetit auch ganz sicher kommt, so mache ich es. Ich realisiere ein Telefonat am Tag zum Thema Value Selling. Ich mache eine einzige Aktivität pro Tag mit Value Selling. Und dadurch entsteht etwas. Und so habe ich mich immer weiterentwickelt zum Thema Value Selling. Und es geht gar nicht mehr ohne. Ich muss Value Selling jeden Tag anwenden. Und wenn ich dann diesen einen Anruf gemacht habe, dann kam der Appetit. Und wenn der Appetit dann da ist, dann mache ich gleich mehrere Anrufe. Und habe meine T45M schnell übertroffen. Das sind also meine fünf Tipps für die Umsetzung. Ich fasse nochmal zusammen. Top 5. Du konzentrierst dich auf fünf Top Leads. T45M. Du machst jeden Tag 45 Minuten in Value Selling. Siebenmal Kontaktsystem. Du kontaktest deinen Kunden siebenmal. Stellst dann die Gretchenfrage. Kommt der Kunde oder nicht? Zeitmanagement. Du achtest auf interne und externe Zeitliebe. Du wirst da viel sensibler. Und Appetit kommt beim Esseneffekt. Heißt, du musst damit anfangen. Ich wünsche dir viel Erfolg.